ARD Text im Auftrag von Funk 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 Du, Sam, sing. Irgendwas. Tu was. Guck ihn nicht nur an, bitte. Mach irgendwas. Irgendwas, bitte. Tut's, das dauert noch. Was? Oh, Spaß, sein Gefolgs, Mensch, macht alles. Der kriegt nichts geschissen. Oh Gott, Gott sei Dank. Okay. Halleluja. Was war das? Das war einfach nur retarded. Herz retarded. Viel haben wir gewonnen. Und infiltriert. Sehr schön. So, das wollte ich jetzt machen, ja. Das fände ich super. Ja, das war alles falsche Alarm. Ich meine, ich bin rein zufällig hier. Ich bin gar nicht echt. Ich versuche nur, von Alarm zu kommen. Hui. Ja. So, na, dann gucken wir mal. Verkerechtigkeit des Bengals. Gees. Gees. Es ist ein Testament zu dem Warchiefs' Brutalität dass nur die Körnern die Körnern wird ihn verraten. Was ist da draußen, alle fighten. Nein. Ja. Oh nein Viel Spaß Ich dachte, er will jetzt aber nicht ernsthaft in die Brühe reinspringen So, na dann, äh Welches Level bin ich eigentlich? 35, interessant Ähm Ja, das haben wir ja schon, das ist aber blöd Wenn du einen Feind in den Fuß triffst, wird er an Ordnungsstellen festgenagelt Halt recht mal gedrückt, um die Zeit zu verlangsamen und zu ziehen Wenn du Luft wirst, du brauchst Fokus Drück aber vor allem mal Strom Ich hab mal Griff Nee, das ist alles ganz schön am Müll Was ist das, tötlicher Geist? Halt die G gedrückt, während du einen Feind mit L-Shift und G-Unlockst Also manche Sachen sind ganz schön schuldig, ja Stimmt deine Deine letzte Chance genau ab, um den Feind, der auf dich abgesehen hat, sofort zu töten I like that So 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 Das war's. Is Tetsu off the pump? Ja, genau. Jetzt geht's auf der Hut, okay. Die Tüte und mein Cargo ist so, oder? Nee. Die will nicht da runter gehen. Die will nicht verarsch. Nein, ich wollte doch nicht bei denen das machen. Mann, das ist alles Kacke hier gerade. Warum sind die hier 50.000 Cargo aus? Schöp. Alter, Gott. Nicht normal. Ich weiß nicht, was passiert hier. Ich weiß nicht, was passiert hier. Ich weiß nicht, was passiert hier. Hallo. Hallo. Oh, Jesus! Fuck my life! Wie viel lohn, Alter, es ist viel zu eng da oben. Es ist wirklich viel zu eng. So. Ich hab mich schon gefragt, na? Na? Aber ja. Wo ist er denn? Wo drüben? Oh, okay. Was ist donc dieser? Du bist mein Platz. Du bist mein Rigtig. Du bist mein Rigtig. Das ist so gut. Wo haben sie denn gesetzt? Oh Gott. Wo ist der andere? Geh mir doch nicht so oft den Keks, Wahn. Der fühlt sich cool, weil er mich gehauen hat, ja? Der hat doch einen Kops. Hoffen. Herrlich. Was haben wir noch? Ihn hier noch. Und dann haben wir alle von dem Putzi hier. Aber ich würde gerne... Aua. Ich würde gerne mal hier so einen Grün kriegen. Das ist immer mal so ein Grün. Nein, lass doch mal die Kante los. Gehen da, will ich. Gehen. Dann sagst du mir, wer zur Hölle der Typ hier oben ist. Sympathisch. Hm, okay. Das war's schon. Danke. So, und jetzt geh ich... ...dah hin. Keine Zeit, Jungs. Kitty ist busy. Ja. Hier passe ich nicht durch. Hier bin ich zu mobbelig. Ach Gott. No. Just... Yes. Okay. Alles ganz normal, Jungs. Der Ranger. Nee, der Ranger ist auf der Durchreise und hat keine Zeit für euch. Ist gar nicht da. So. Kannst du mal. Okay. Zwei terrorisierten Töten. Nee, will ich nicht. So. So. Sie. So. 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 Das war's nicht. Was ist denn die Terror-Tötung hier? Das ist Terrorisieren! Oder was? Da liegt immer noch die Leiche des Cargos rum, oder? Ist das der Hammer? Na gut, wir waren jetzt schon x-mal hier drin, ne? Ja, wo? Nein! Keine Zeit! Lass das sein! Aua! Wir sind jetzt schon wieder am Alarm! Ja, geh doch mal! Was macht dieses Vieh? Nein! Oh, Mann! Die Steuerung ist schon ganz schwer! Gebt die zum Ausgutpunkt! Ja, Papa, mach ich! Hey, da geht's! Ja, ich kann es nicht so schwer! Das ist mein Volk! Psss! bei Killing his Orks bevor they can sound the alarm.